Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Stefan Tschech. Ich bin Kameramann, Staticam Operator und Filmemacher. Und wie es für Filmemacher gehört, müssen die sich auch so ein bisschen mit der Nachbearbeitung beschäftigen. Also das heißt, Schnitt ist für mich auch ein ganz wichtiges Thema. 4K ist seit einigen Jahren schon ein Thema. Und im Gegensatz zu dem normalen Weg, dass High-End Technik erst ganz oben anfängt, also oben an der Preisleiter, ist jetzt etwas anderes passiert. Die Industrie bringt uns Kameras zum Einsteigerpreis. Panasonic macht es vor, mit der GH4, dieses Jahr auf den Markt gekommen, gibt uns die Möglichkeit in 4K aufzunehmen. In 4K, in 1080, in 1080p mit 50 Bildern und sogar mit 96 Bildern pro Sekunde. Aber auch wenn die Auswahl der Kamera, der Objektive und der ganzen Geschichten sehr wichtig ist, sollte man sich schon bevor man anfängt zu filmen, überlegen, wie man damit hinterher umgeht, wie man damit in der Post umgeht, wie man das Ganze schneidet. EDIUS Pro 7 ist ein Programm, das seit etlichen Jahren auf dem Markt ist und immer wieder beeindruckt mit seiner Echtzeitfähigkeit. Und auch hier möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie 4K-Material aus der GH4 direkt ohne zu wandeln, ohne das irgendwie zu konvertieren oder um zu modeln, die Kamera-Files direkt auf die Timeline legen und in Echtzeit arbeiten können. Das auf einem ganz normalen PC. Doch bevor wir einsteigen in die Postproduktion, in das Schneiden mit EDIUS, möchte ich Ihnen einen kurzen Film vorstellen, den ich produziert habe für meine Präsentation auf der Fotokina 2014 in Köln. Bei dieser Präsentation ging es natürlich darum, um diese Möglichkeit 4K innativ zu schneiden. Also wie gesagt, nicht umzuwandeln, sondern die Originalfiles zu nehmen, auf die Timeline zu legen und loszulegen. Film im Köln Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber starten wir erstmal mit dem Anfang. Wir generieren ein neues Projekt in der Größe Ultra HD 3840x2160, 25 Bilder pro Sekunde. Jetzt müssen wir Dateien, Bilddateien, Videodateien, Audiodateien in unser Projekt ziehen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir öffnen mit der Taste B unser BIN-Fenster. Das ist unser Vorschau-Browser in EDIUS. Und ich kann jetzt zum Beispiel per Drag & Drop aus dem Explorer einfach Ordner oder Dateien in mein BIN-Fenster ziehen. Ziehe jetzt hier eine Datei auf meine Timeline, setze vor im Player-Fenster meinen In- und Out-Punkt und habe schon meinen ersten Schnitt angesetzt. Es gibt aber weitere Möglichkeiten, Dateien in mein Projekt zu importieren. Öffne ich den Source-Browser, habe ich weitere Möglichkeiten. Habe ich jetzt zum Beispiel die Karte aus der Kamera oder die Kamera direkt an den Computer angeschlossen über USB, dann sehe ich hier auch meinen Kartenleser und meine Dateien, die auf der Karte sich befinden. Ich kann jetzt einzelne Dateien auswählen, mit einem Doppelklick zum Beispiel. Dann öffnet sich diese Datei von der SD-Karte in meinem Player-Fenster. Ich kann jetzt mit einem Rechtsklick sagen, bitte öffne mir diese Datei oder diese Dateien in meinem BIN-Fenster. Dann bleiben Sie auf der SD-Karte und ich arbeite sozusagen mit dem Material auf der SD-Karte. Aber ein besserer Weg ist Add and Transfer to BIN. Auch in Deutsch, dann heißt es einfach übertragen ins BIN-Fenster und auch übertragen auf die Platte. Wähle ich diese Option aus, werden diese Clips jetzt nicht nur in mein BIN-Fenster übertragen, sondern sie werden auch auf meine Platte in mein Projekt-Ordner kopiert. Und dabei wird sogar die Struktur, die auf der Karte vorhanden war, beibehalten. Das ist natürlich die einfachste und schnellste Möglichkeit, die Sachen hier in mein Projekt zu importieren. 4K auf einer 2K oder 1080p Timeline. Eine der meistgestellten Fragen ist, warum soll ich überhaupt in 4K arbeiten, wenn mein Endergebnis, also mein definitiver Film, den ich rausrenne, doch nur in 1080p ist. Lassen Sie uns einfach mal das Projekt anschauen. Ich habe momentan noch das Projekt auf 3840x2160 stehen, also auf Ultra HD. Ich stelle jetzt um auf normales 1920x1080. Das kann ich hier einfach über die Projekteinstellungen machen. Also ich kann ein bestehendes Projekt in der Auflösung jederzeit anpassen. Das ist ein Clip in 3840. Wie ich vorhin schon erklärt habe, skaliert EDIUS in diesem Fall dieses 4K-Material auf eine 1080p Timeline herunter. Das sieht erstmal genauso aus wie vorher. Aber ich habe eine viermal höhere Auflösung innerhalb des Clips. Und die kann ich jetzt nutzen, um zum Beispiel mein Bild neu zu gestalten, also meinen Bildausschnitt zu gestalten. Man nennt das Skalieren und Reframe. Also Reframe heißt, ich benutze die Möglichkeit der höheren Auflösung, um mein Bild neu auszurichten. Dazu habe ich jetzt den Clip einfach an einer Stelle geschnitten mit C für Cut, gehe in den Layouter und nehme den hinteren Teil dieses Clips und man sieht, er ist jetzt runterskaliert auf 50% der Größe. Skaliere ich ihn wieder auf 100%, also dass ich die volle 4K-Auflösung hier ausnutze, dann sehe ich, wie viel Platz ich habe. Ich kann also jetzt hier meinen sehr schönen großen Seeadler neu positionieren und ich habe mit einem Clip zwei Kameraeinstellungen, also einmal eine halbtotale und eine Nahaufnahme generiert. Und das halt mit nur einer Aufnahme. Für manche Situation ist das eine ganz tolle Geschichte. Ein weiterer Vorteil in einer höheren Auflösung als für das Endprodukt benötigt, ist das Stabilisieren einer Aufnahme. Das nachträgliche Stabilisieren in der Software einer Aufnahme, die zum Beispiel wie hier aus der Hand gedreht worden ist. Es war also hier nicht möglich, mit dem Stativ zu arbeiten. Ich wollte auch nicht, dass der Geier hier mein ganzes Kameraequipment umschmeißt. Und ich habe hier den Stabilisierungseffekt aus EDIUS auf den Clip gelegt und habe auch alles hier in der Grundeinstellung gelassen. Und wie man sieht, sieht das Ganze hier schon recht gut aus. Was hier sehr interessant ist, ich kann innerhalb des Filters mein Bild teilen, also meine Ansicht teilen. Ich kann also hier sehen, wie das Bild vorher und nachher aussah. Und man sieht jetzt hier auf der rechten Seite ist der korrigierte Clip, also der Clip, der jetzt stabilisiert worden ist. Wie macht ein Programm eine solche Stabilisation? Das Programm untersucht, also analysiert Bild für Bild, was ist unterschiedlich in dem Bild 1 zu Bild 2 zu Bild 3. Und dann versucht es anhand von Linien und von Geometrien das Ganze anzupassen. Und wie kann er das machen? Es muss das Bild nach oben, unten, nach rechts und links bewegen. Und dabei entstehen natürlich schwarze Ränder. Um diese Ränder zu vermeiden, gibt es diese Auto-Trimming-Funktion. Das heißt, die Software zoomt ein wenig in das Bild hinein, um diese schwarzen Ränder zu vermeiden. Mache ich das in einem Clip in der Auflösung, in der auch das Endprodukt ist, dann verliere ich logischerweise an Auflösung. Aber mit dem 4K-Material, wo ich ja dementsprechend viermal mehr Material habe, ist es überhaupt kein Problem, hinein zu zoomen, also ein Stück hinein zu gehen. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich jetzt hier eine Zoom-Fahrt nachträglich generiere. Also ich mache hier, ich habe den Layouter geöffnet, setze hier ein Keyframe am Anfang und sage hier zu dem Punkt soll es bitte wieder auf die maximale Größe herausgezoomt sein. Das heißt, ich habe also einen Herauszoom aus der Szene, das sieht man jetzt hier sehr schön, die ist nachträglich in der Software generiert. Das kann ich natürlich mit jedem Material machen, nur würde ich dann natürlich die Auflösung verlieren. Das ist ein weiterer großer Vorteil, arbeiten mit 4K-Material auf einer 1080p Timeline. Wenn wir jetzt gerade bei der Lumix GH4 sind, möchte ich auch ganz gerne einmal die Zeitlupe-Funktion vorstellen. Die ist zwar nicht in 4K, aber trotzdem sehr interessant. Dieser Clip ist jetzt mit 25 Bilder pro Sekunde gedreht. Ich möchte eine 50% Zeitlupe, öffne die Einstellung für die Geschwindigkeit, setze die auf 50% und nun passiert folgendes. Das Programm muss jetzt aus 25 existierenden Bildern 50 Bilder rechnen. Also die doppelte Zeit mit dem gleichen Material abdecken. Da aber nur 25 Bilder da sind, muss das Programm Zwischenbilder errechnen. Man nennt sowas Frame Blending. Hier sieht man, ein Frame ist Original und dieses Verschwommene ist ein Mix aus Bild 1 und Bild 2. Aber für solche Geschichten bietet die Lumix eine eigene Geschichte. Ich kann auf der Lumix mit 50 Bilder in Full HD in 1080p drehen. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich gehe hier einmal in die Eigenschaften und da sehe ich 50 Bilder pro Sekunde. Ich stelle das jetzt um auf 25 Bilder pro Sekunde. Edus gibt mir hier eine Warnung aus, dass ich jetzt die Eigenschaften des Clips verändert habe. Ich bestätige mit OK. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die gesamten 50 Bilder zu nutzen. Ich ziehe also den Clip komplett auf und wenn ich jetzt genau hinschaue, sehe ich, dass es keine Frame Blending Zwischenbilder, generierte Zwischenbilder gibt. Ich habe also wirklich meine 50 Bilder pro Sekunde auf einer 25er Teilnahme. Das heißt also, ich kann es hier über diesen Trick in doppelter Zeit abspielen. Ich stelle jetzt den Clip einfach mal wieder zurück auf sein natives 50 Bilder pro Sekunde. Das sieht man an einem kleinen Sternchen. Und verwende die Einstellung für die Geschwindigkeit Alt und E. Und wenn ich jetzt hier 50 Prozent eingebe, dann spielt mir Edus das Ganze auch in einer sehr, sehr schönen Zeitlupe ohne Frame Blending ab. Eine andere Möglichkeit, die mir die GH4 bietet, ich kann direkt auch in bis zu 96 Bildern pro Sekunde in Full HD aufnehmen. Eine sehr schöne Möglichkeit, um Bewegungen einfach in eine andere Zeitebene zu bringen und einfach Sachen, die man mit dem normalen Auge nicht sehen kann, deutlich zu machen. Ich suche mir hier eine Stelle raus und zwar genau an der Stelle, wo die eine Meise die andere Meise verscheucht. Mach hier einen Schnitt mit C und setze den ersten Teil des Clips auf 300 Prozent. Also er spielt es dreimal schneller ab. Das entspricht ungefähr der Realzeit und der zweite Teil des Clips ist dann in Zeitlupe. Eine weitere sehr interessante Möglichkeit ist natürlich, aus 4K Filmmaterial Einzelbilder herauszuholen. Und da kommen wir in eine sehr interessante Geschichte auch für den Fotografen, denn ich habe 25 Bilder pro Sekunde in einer Auflösung von rund 8 Megapixeln. 8 Megapixeln ist schon eine ganze Menge. Das ist viermal mehr als das, was wir aus einer normalen HD-Sequenz herausziehen können. Also ist HD vielleicht noch okay für Standbilder fürs Internet? Spätestens mit 4K habe ich hier eine gute Alternative, um aus verschiedenen, sehr, sehr schönen Filmmaterial Standbilder herauszuholen. Dazu kommt eine weitere Überlegung. Nehme ich intern in der GH4 in Full HD auf, wird natürlich der 4K-Chip der Kamera benutzt, der komplette Sensor benutzt. Dann wird intern in der Kamera dieses Material auf 1080 heruntergerechnet und das funktioniert nicht so gut. Also wenn Sie Zeitlupe aufnehmen möchten mit 96 Bildern pro Sekunde, weil einfach diese Bewegung das Besondere daran ist, dass man das einfach in einer Zeitlupe darstellen möchte, dann arbeiten Sie mit den internen Möglichkeiten der GH4. Alles andere empfehle ich Ihnen in 4K aufzunehmen, in 4K zu bearbeiten, in EDIUS komplett fertig zu schneiden und dann in Ihre gewünschte Auflösung auszugeben. Also auch wenn Sie nur in Full HD arbeiten möchten, nehmen Sie in der GH4 in 4K auf, bearbeiten Sie alles in 4K und am Ende rechnen Sie es einfach in die Auflösung aus, bearbeiten Sie alles in 4K und erst am Ende entscheiden Sie beim Rausrechnen, beim Rausrendern, in welche Auflösung Sie es haben wollen. Ob in der Full HD Möglichkeit oder in 4K. Kommen wir zu einer wichtigen Geschichte. Auch das ist in EDIUS in 4K möglich. Ich schaue hier noch einmal in die Eigenschaften dieser Clip, ein 4K Clip. Er sieht hier und dieser ganze Podcast hier, dieser ganze Workshop ist nur in 1080, also in Full HD produziert. Selbst hier sieht das Gefieder von dem Vogel schon sehr, sehr gut aus. Aber er braucht ein wenig Farbkorrektur. Dazu öffne ich die 3-Wege-Farbkorrektur. Das ist eigentlich der Filter, mit dem man arbeiten sollte. Ich habe hier die Möglichkeiten in den dunklen Bereichen, in den hellen Bereichen und in den Mitteltonbereichen zu arbeiten. Und zwar mit dem Kontrast und mit der Sättigung. Ich möchte hier in dem Fall den Kontrast etwas verstärken in den dunklen Bereichen und möchte die Sättigung in den Mitteltonbereichen erhöhen. Ich möchte nicht unbedingt die Sättigung in den dunklen Bereichen erhöhen. Ich möchte also keine Farben in den dunklen Bereichen verändern. Auch hier kann ich, wie in allen anderen Filtern von EDIUS, das Bild teilen. Ich kann mir also sehr gut anschauen, wie sieht meine korrigierte und meine nicht korrigierte Seite aus. Auf der rechten Seite korrigiert, auf der linken Seite das Originalmaterial. Ich übertreibe es hier mal mit der Sättigung, um einfach das Ganze deutlicher zu machen, deutlicher darstellen zu können. Und EDIUS kann jetzt nicht nur direkt die Korrektur anzeigen oder die Veränderung anzeigen. Es kann sogar dabei den Clip abspielen in Echtzeit. Wir reden hier von 4K in Echtzeit, Farb korrigiert und dabei auf der Timeline abgespielt. Und nachdem wir jetzt so viel von Echtzeitfähigkeit geredet haben, werden Sie sicherlich fragen, auf welcher Art von Maschine, was für einen PC brauche ich denn, damit EDIUS mit 4K hier in Echtzeit läuft? Ich zeige dir mal die Spendifikation von meinem Rechner. Das ist ein i7 mit einem 4790K CPU, Intel, 4 GHz, 16 GB Arbeitsspeicher, eine ganz normale Nvidia 2 GB Grafikkarte. Also nichts, wo man sagen würde, man müsste jetzt gleich 5.000 oder 6.000 Euro auf den Tisch legen. Ein ganz normaler Standard-PC. Und am Ende kommt, wie immer, das Rausrendern. Also in dem Fall Print-to-File, in der englischen Version, in Datei exportieren, das andere. Hier habe ich eine große Auswahl an verschiedenen Codecs, in das ich rendern kann. Ich würde empfehlen, in H.264 AVC auszuwählen und würde dort dann hier mein 4K-Footage in ein MPEG-4 ausgeben. Hier gebe ich noch ein, wie das Ganze am Ende heißen soll. 25.000 Kilo-Bit, also 25 Mbit ist klasse. Ein guter Start, ob ich jetzt Variable oder konstante Bitrate nehme, ist Geschmackssache. Aber abhängig natürlich von der Verwendung, wohin soll das Ganze am Ende dann ausgegeben werden. Auf einer Blu-ray oder als Datei oder vielleicht sogar im Internet. Des Weiteren muss man sich klar sein, dass 4K über das Internet, selbst mit einer guten Leitung, nicht immer ruckelfrei läuft. Und des Weiteren muss man sich auch klar sein, dass man einen 4K-Monitor haben sollte, um 4K auch wirklich sehen zu können. Auch wenn das Material aus der GH4 in 4K gedreht auf einem normalen 1920x1200 Pixel auflösenden Monitor sehr, sehr gut aussieht, ist natürlich 4K eine ganz andere Geschichte. Wenn Sie 4K ausgeben wollen, empfehle ich Ihnen auch hier als QuickTime herauszurändern in H.264. Beschränken Sie das Ganze auf 8.000 Kilo-Bit, also 8 Mbit. Ob bessere Qualität, dann dauert das Ganze länger für das Herausrennen. Oder die schnelle Codierung, das einfache Durchgang, das ist dann Ihnen überlassen. Ist eine Frage, ob das Ganze besser oder weniger gut komprimiert werden soll. Und dann geben Sie hier ein, in welcher Größe das Ganze ausgegeben werden soll. Zum Beispiel in 1920x1080 HD. Stellen Sie noch ein, dass das Seitenverhältnis gleich bleiben soll. Die Bildquelle interlaced war. Den Ton auf AAC-Komprimierung einstellen, also nicht als PCM rausgeben. Da wird einfach die Datei unnötig groß. Und dann rendern Sie das Ganze als QuickTime aus. Die Erfahrung hat gezeigt, dass umso näher Sie an dem sind, was die Internetportale selbst noch mal aus Ihrem Film machen, umso näher Sie daran liegen, umso eher ist dann die Qualität auch das, was Sie an Ihrem Rechner herausgerechnet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, dieses kleine Tutorial, dieser kleine Workshop, dem ich Ihnen gezeigt habe, wie Sie die Sachen in das System kopieren, in die Timeline legen, wie Sie damit arbeiten können. Was für verschiedene Möglichkeiten wir in EDIUS haben. Immer wieder sehr beeindruckend, wie in Echtzeit die ganze Sache funktioniert. Sie brauchen nichts zu rendern. Und ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie eine Woche lang mit einem Echtzeit-Schnittprogramm arbeiten, wie EDIUS ProSieben, dann möchten Sie nie wieder mit einem Programm arbeiten, wo Sie ständig Kaffeepausen haben. Wenn Sie eine Farbkorrektur auflegen, eine Veränderung umlegen, teilweise mehrere Effekte auf den gleichen Clip legen, dann können Sie erst mal Kaffee kochen, um dann Ihr Ergebnis zu sehen. Das Ganze hält auf. Das Ganze verzögert natürlich auch die ganze Sache. Man wird auch natürlich aus dem kreativen Prozess herausgerissen, wenn man ständig rendert, warten muss. Manchmal sind es nur 5 Sekunden, manchmal sind es 20 Sekunden, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Das alles ist nicht nötig in EDIUS. In diesem Sinne, genauso wie ich immer am Ende sage, diese ganzen Sachen sind einfach nur Werkzeuge. Tools, Werkzeuge, um einen Film zu machen. Ob es die Kamera ist, ob es die Objektive sind, die ganzen Zubehörsachen, bis hin zur Software für die Nachbearbeitung. Es sind alles Tools, alles Werkzeuge, die zusammengenommen erst es ermöglichen, Filme machen zu können. Und darum geht es eigentlich. Seien Sie kreativ. Gehen Sie raus. Probieren Sie was aus. Probieren Sie was Neues aus. Spielen Sie mit 4K rum. Vielleicht noch einen ganz kleinen Tipp am Ende. 4K lebt davon, dass man die feinen Details sehen kann. Haben Sie viel Bewegung im Bild, ob die Kamera sich bewegt oder das Motiv sich selbst bewegt, dann werden Sie ganz schnell keinen Unterschied mehr sehen zwischen einer SD-Auflösung, HD-Auflösung oder vielleicht sogar 4K-Auflösung. Also wenn es wirklich darum geht, das 4K auszunutzen, dann muss auch das Motiv ein bisschen 4K-fähig sein. Das heißt also, wenn Sie schöne Details haben, wenn Sie, wie ich das jetzt gezeigt habe, mit diesen Insekten, mit den Blumen, wenn Sie da viele Details haben, viele Kleinigkeiten, dann erst sticht dieses 4K besonders hervor. Probieren Sie es aus. Sie werden sehen, das macht riesig Spaß, zumal das Ganze auch von der Zeit her wesentlich angenehmer zu arbeiten ist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr Stefan Tschech Untertitelung des ZDF für funk, 2017